Musik 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 And you see nothing but the red light You let your body burn like never before Hoi zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge Music Room auf mtv.ch Unsere heutige Gäste sind in 10 verschiedenen Ländern mit ihrem Debutalbum Happiness in den Top 10 und das hat ihnen auch diverse Gold- und Platinplaketten an die Wand gespielt. Ich möchte sie herzlich willkommen heissen, dass Theo und Adam besser bekannt als die Herzen Hallo, Leute! Hallo! Wie geht's dir? Gut, danke. Ich bin froh, dass du in der Schweiz bist. Schön. Lass uns über deine Musik sprechen. Du leben beide in Manchester. Die Stadt hat eine Auswirkung auf deine Musik? Ich meine, es gibt viele große Bands aus dieser Stadt. Ja, definitiv. Ich denke, als wir lernen, zu machen, war es sehr wichtig. Es gibt viele große Bands, Oasis, Joy Division, New Order. Es ist ein guter Ort für Musiker. Es ist ein guter Ort für Musiker. Es ist kein guter Ort für lernen, zu machen, als Manchester zu machen. Und das Klaus, das ist das Gefühl, dass du nicht so wirst, dass du nicht so wirst, wirst du nicht so wirst, sondern keines Musikern, wirst du nicht so wirst, wirst du oft wirst, wirst du nicht so wirst, weil wirst du oft wirst, die Erwartung in der Ende der Listener weiß, dass du wahrscheinlich in eine Blase oder Strasse in einem Verrückter in einem Dissachstum in einem Dissachstum Es ist eher ein Relief, um es zu kreieren. Empathie, das ist was es. Da ist auch der Titel happiness für das Album. Hope ist das Thema in unserer Musik. Ich denke, es wäre einfach einfach zu machen, nur eine depresende Musik zu machen und keine Redemption zu machen. Aber wir wollten nicht so sein, weil es nicht so wie wir sind als Menschen. Ich denke, diese Hoffnung ist die wichtigste Sache auf dem Album. Wie wichtig sind die 80er Jahre für deine Musik? Ist es nur das, oder ist es nur das Anfang? Ich meine, es gibt einige 80er Jahre, die sehr wichtig sind, wie Depeche Mode, Tears for Fears und Prince. Das war die Art von Anfang an. Das war die große Influenz. Es gibt also ein Teil der 80er Jahre. Wir waren nur Babys, dann. Wir haben keine Verbindung mit ihnen. Es war wichtig, zu wählen und wählen. Aber wir sind in den 90er Jahren. Es waren Leute wie Oasis, Blur und Pulp, die wir als Menschen haben. Ich denke, das hat einen großen Effekt. Und Popmusik, in generell. Die 90er Jahre war ein tolles Moment für Popmusik. Was war die größte Sache für die 80er Jahre für dich? Oder für die 90er Jahre? Was hat dich beeinflusst? Ich denke, für beide. Das war das Popmusik. Und es war etwas, das hat viele Gedanken gemacht. Die Leute wie Prince, Michael Jackson, Madonna. Die Leute, die es interessiert haben. Die Leute haben uns nicht mehr als einfach zu vermitteln. Die Leute haben auch nicht mehr als ein paar Jahre, das war das, was für uns sehr beeinflusst. Das war das, was wirklich inspiriert hat. Das war das, was für uns sehr beeinflusst. Das war das, was für uns sehr beeinflusst. in den letzten Jahren, weil es nicht so, dass die Leute wirklich nicht mehr kaufen wollen. Es ist mehr über freie Downloads und File-Sharing. Es ist schwierig. Ich denke, für mich, als Musikbauer, als Musikfan, ich fühle mich ein bisschen verletzt, dass die Leute nicht genug geholfen haben. Und sie machten Songs, die einfachen und verabschieden, und einfach nur für eine Trend, die Leute interessieren würden. Und alle meine Lieblings-Bands haben immer das gemacht. Sie haben eine gute Pop-Musik, die vieles Gefühl haben. Ich denke, es wird immer wieder in Pop-Musik existieren. Ich denke, wir wollten einen starken Album machen. Ein ganzes Körper, ich denke. Denn meine Lieblings-Bands sind immer die Album-Tracks und die Effort, die wir in einem Album machen wollen. Es ist ein sehr Singles-dominiertes Welt, ich denke. Ich denke, es gibt auch Bands, wie Mumford & Sons, eine britische Band, die ein unglaublicher Album machen. Und ich denke, die mehr Fokus auf Album sind, die besser für mich, ich denke. Du hast auch eine sehr, sehr große Stimme auf deinem Album mit Kylie Minow. Wie kam das? Wie kam das? Wie kam das zusammen? Wir sitzenen einen Tag, und wir haben all den Album gemacht. Wir haben so viele schöne Möglichkeiten gemacht. Und eine Sache, die wir haben gelernt, ist, dass wir manchmal zu sein, dass wir manchmal zu sein, und einfach zu fragen. Und so haben wir sie eine Liste, die gesagt hat, Dear Kylie, we're hurts, would you like to sing on our song? Didn't expect anything back, but we thought if you don't ask, you don't get. And then two weeks later she got back and said she'd love to, which was amazing. And then the following week we were sat in the studio singing with Kylie Minogue. Even to talk about it still, it's really bizarre. It seems like such a simple way to do it, but I guess if you don't ask. I think it's a different part of her personality on our song, though. There was a period in the 90s where she did a song called Confide in Me, which we also cover. And a few others where there's a darker side to her character, and it's a side that we both really like. And the opportunity to get that side onto one of our songs was, I think it shows her in a great light. Very nice, just ask, that's a very nice ending. We've just got to work out who to ask next now, or what to ask for next. Kylie again. We'll just get Kylie on again. You would love to do a whole album with her, right? Maybe one on every album. Yeah. And then after 10 years released the best of, and yeah, why not? That would be a great idea. Looking forward to that one. Thanks for your time, guys. Thank you very much. Thank you very much. I hope you have a great time also with your show tonight, and enjoy your stay. Thank you. Yeah. And that's was it with the Hertz. This is a Palais Extra in Zürich. Clicked next week again on MTV.ca and holt us the newest update from Music Room. Salut! Yay! . . Untertitelung des ZDF, 2020